so willkommen zurück ja ich war hier mit meinem lp432 unterwegs und habe 130.000 credits mit nur einer einzigen runde premium eingefahren wie das geht will ich euch jetzt in diesem video zeigen ansonsten ihr wisst dass ich auf twitch sehr sehr aktiv am streamen bin besucht mal auf twitch akku power twitch zusammen geschrieben akku power twitch zusammen geschrieben dort gibt es jeden tag zwei bis drei stream wer mich unterstützen möchte kann ja mal mit einem twitch prime sub 1 ab da lassen mit twitch prime könnt ihr einmal im monat jemanden kosten ohne zusatzkosten sofort ja also ihr habt einmal im monat 1 ab 3 den würde ich gerne von euch bekommen als unterstützung und ansonsten viel spaß bei dem replay und wir sehen uns spätestens auf twitch bis dann viel spaß bei dem video 130.000 credits mit nur einer einzigen runde abone ol abone ol abone ol Vielen Dank. 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 Wie gesagt, das sind alles Stream-Highlights auf Twitch, live gespielt. Wir sehen uns gleich auch bei den Stats, damit ihr auch seht, dass das 130.000 Credits sind, tatsächlich. Und direkt im Anschluss gibt es noch ein Replay. Also bis gleich. Ja, also ich bin hier unterwegs mit dem VK 7501K, der 8er Premium, was mir ein Zuschauer großzügigerweise geschenkt hat, das ist auch derselbe Zuschauer, der mir den Mauerbrecher geschenkt hat. Ich möchte mich überprüft. viel Spaß beim Replay Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020